Bis jetzt war ich nur eine Grundversicherung. Die Zusatzversicherung braucht doch kein Mensch, habe ich mir lange gedacht. Bis ich dann den Schlittelunfall hatte und mit einem gebrochenen Bein im Meerbettzimmer gelegen bin. Es war so laut, dass ein Schlaf kaum zu denken war. Seitdem habe ich eine Zusatzversicherung für die halbprivate Spitalabteilung. So habe ich meine Ruhe und habe sogar die Betreuung durch den leitenden Arzt. Wenn du hast, was du, als du, als du, als du, als du. Wenn du hast, was du sollst, wäre ich. Du hast, was du, als du, als du.